Joooooooooooooo 3 2 2 3 1 Hallo meine Kinder Fikier? Äh Markensammlung und so? Hallo meine Kinder Hallo Ist jetzt wieder Leute ich hab Schneebälle aufgesammelt Ganz kurz, ist jetzt das gleiche draus jetzt auch wieder, ne? Also man muss wieder genau das Vor einer Einsatzschlüssel quasi Ja genau, hier wieder runter ist links unten keller schlafen wo weiß dieser diese große raum mit den kies hier oder aufgeregt ich will nicht alleine umlaufen ich nehme meinen kürbis hier mit ich habe ich habe eine 1er keycard hast du eine 1er tür irgendwo ja was ist ganz ehrlich ja ja ich rede jetzt hallo ich könnte die 1er keycard so viel ehre habe ich warte wie kann ich werfen hier können die ich habe eigentlich habe einen 1er keycard gegeben ja aber haben wir noch ein ach so keine ahnung was dafür warte hier ist das was ist das hier erwähnt ich kann schnell laufen sogar karte ich habe auch ich habe auch eine 2 also eine geht ganz rund im keller ich habe einen blauen schlüssel im roten ich bin jetzt ich habe ich habe auch ich habe auch ich habe goldene schlüssel oder ich weiß ich weiß wo der 3er ist ich habe einen goldene schlüssel oder was weiß wo der 3er ist und ich komme mit was anderes ach so du hast eine keycard ich will jetzt mal einen schlüssel verwenden also meine keycard weiß jemand wo wir ein kass so eine art schreibtisch haben mit drei schubläden und mit dem auto drauf nein ne aber such dir mal ja oh geil die schottkern ich weiß dass da dann ach ich bin jetzt aber im kreis kopf ich will jetzt mal du bist du auch ja 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 wenn unsere zweitigen jetzt hier kommt einer gefällig ist im leben ja es ist ja natürlich wo bist du félix 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 wo bin ich die uhr kommers nur das nachbar aktivieren das muss ich félix félix wo die türen nicht dass du irgendwo hier ist auch lauf 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 eine Zielscheibe? äh ne scheiße ist hier drauf ja irgendwer stirbt gerade hast du den Schrein gehört? ja Felix, er hat wen halt, 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 halt komm her, mein Juggel komm her komm her ah spammt ihn zu Digga, man kann ja wirklich sterben dass mich einfach fahrscht Jungs Jungs aber da wurden nur ne zweierkarte Jungs, wo seid ihr? wo seid ihr? Hilfe, ich sterbe komm her Mann Junge, komm her oh warum habt ihr mich verkraft? Mike scheiße scheiße ich brauch Rettung komm her selten spieler dazu nein boah was macht der mit mir? ich mache dir hä? warum ist ein geist? was passiert hier? hä? ich kann nix machen ich kann nix machen alter Jungs Jungs sind alle tot? hä? hä? ich kann nix du bist tot ach ich kann mich hä? hä? ich habe nix zu mehr verstanden komm her Tüger. Help! Ist hier jemand? Komm her, Mandy! Komm her! Komm her! Wo seid ihr? Ich hab euch zu werfen. Wo, wo, wo? Ja, hier. Nein, er hat's gedodcht! Lauf! Was kann ich damit machen jetzt? Scheiße! Help! Ich häng fest. Om nom 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 nom! Komm, 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 nein! Hä? Nice, danke! Ja, dann esse ich halt nicht! Das ist Mundi, Mundi! Bist du halt dort? Danke für nix, Mundi! Was? Ja, dann esse ich halt dich wieder! Mein kleiner Freund! Komm her! No, 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 no! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Komm her! Nein! Ich muss doch nur Rechtsklick drücken zum Werfen, oder? Ja, und zielen! Wie ist Philipp gestorben? Du musst ja auch zielen. Oh, ich war der letzte. Ich hab grad noch ein Schlüssel gehabt. Ich hab einfach alle verkauft. Ja, GG. Scheiße, Hilfe und verkauft dann alle. Ich weiß nicht, was ihr als Geist macht. Ich hab als Geist zwei Fähigkeiten, aber... Ey, du hast Angst und Panik zugesagt. Jung. Ich hab einfach drei Fähigkeiten als Geist gehabt, aber hab keiner, was ich machen konnte. Also jetzt war natürlich ein bisschen cheatend von mir, aber ich hab natürlich gewusst, dass du die Uhr nur als Nachbar verändern kannst. Und so wurde das gesagt, das war halt offensichtlich. Was für eine Uhr? Ja, Mann. Es gibt diese Wanduhren, die kann man nur als Nachbar drinnen gehen die Gitter hoch und runter. Oha. Oha. Bisschen Meter-Game, aber ruhig. Ich würde sagen, auch mal eine. Wow. Das hab ich halt vor ihm gemacht. Ich hab mit dem runter und hab halt gesagt, guck mal hier, ich kann da irgendwie die Gitter hoch aktivieren. Ich wusste ich, was das noch nicht macht. Ja, ich höre das. Felix, das ist Felix, das ist Felix. Und du hast mich irgendwas passiert, ich war 20 Sekunden lang, konnte ich gar nichts machen. Ja, weil ich die mit 7 Nüssen oder so abgeschossen hab hintereinander. Übrigens, der Nachbar hat eine Lebensleistung, man kann den Kill. Ja. Ich glaube, der Grands. Ich höre ihn, ich hab' gar nicht. Ich höre ihn, dass er die kommt auch nicht. Warte, ich mach mal wieder einen Stumm und... Mundi höre ich auch nicht. So, Mundi höre ich. Ein Match made them friends. Warte, wo? Philipp, den Mann? Jetzt? Ja, ja, ich höre ihn, ich höre ihn. Okay, das ist ein anderer Map. Felix, du hast mich immer jetzt angelogen, du Arschloch. Natürlich hab' dich angelogen, Digga, was soll ich denn sagen? Ja, ich bin der Nachbar. Hallo, Andrew, komm her. Äh... Keycard bei irgendeinem Kasten mit einem Schild oben drüber? Jetzt 1er Karte braucht man ja. Dann mundi richtig schön als Detektiv unterwegs. Ich hab' schon wieder euch alle verloren. Andrew! Hä? Es gefällt mir schwierig, dass Mike und Philipp grad ganz alleine anscheinend irgendwo längst sind. Wir haben eine 1er Karte, ich bin's nicht. Ja, ja. Ich... Seid ihr hochgegangen? Ich bin ein Kind. Ich bin auch ein Kind. Ich komm' zu dir. Wo bist du? Hä? Wie wächst die hoch? Seid ihr oben? Hallo? Hallo? Ich nehm' mal so'n Stuhl mit. Was ist jetzt? Nein, das... Ach, das ist eine zum Hinsetzen. Ja, wow. Ich bin ein Stuhl. Ah nee, Felix, geh weg. Felix wieder? Ja, weil hier wieder Geisteraktivität ist. Also aussieht noch jemand hat den Geist genommen, oder? Ist ein Schlüssel irgendwo? Ey, Hilfe! Oh, hi! Hi, Mike! Hi! Ich hab kein Schlüssel gefunden. Ja, hier ist einer. Ich hab' ihn. Irgendwo ist er. Irgendwo der Geist hunted. Äh, also, äh, ich mein' der Nachbar. Wer wär's? Wer ist das? Hallo? Ich weiß nicht, ob ich mit einem starken Verdacht auf dich... Nein, ich war... Ich war grad irgendwie auf dem Dach ganz oben. Äh, okay. Ich hab' niemanden mehr von euch gehört. Irgendjemand hat geschrien. Was? Jemand hat geschrien, das hab' ich gar nicht gehört. Der 3er? Der ganz oben kann man einen 3-Schlüssel gekattet werden. Ja, weil ich... Äh... Ja. Kriegen wir? Äh... Irgendjemand hat geschrien. Da war's auch ganz oben. Äh... Okay, hier geht's irgendwie in... Hinterraum. Pssst. Hä? Die ist doch hier... Ja, Andro hat... Verrat mich nicht. Verrat mich nicht. Ja. Verrat mich nicht. Andro packt sich ihr Zeug in die Taschen. Ja, ich bin... Pack-Esel. Hab' ich gehört. Naja, das weiß ich. Hier brauchen wir eine 1er Keycard. Ja, ich hab' nur eine 2er, leider. Warum ist das eine 2er? Ja. Ich hab' gar keiner. Aber ich glaub' hier findet man nix. Geh' wieder zurück. Geh' wieder zurück. Gebt Philipp ne? Hab' von dem jetzt ewig nix mehr... Hier ist ein Schlüssel irgendwo? Ich hab' auch'n Schlüssel, ja. Ich hab'n Schlüssel. Ich hab'n roten Schlüssel. Wo war... Wo war der Hauptraum? Es wird angezeigt, ne? Okay. Ich hab' eins aufgemacht, Jungs. Ich hab' keine Spur. Hier ist jemand in der Mitte jetzt gewesen. Ich hab' keine Ahnung, ich hab' den Namen nicht gesehen. Seid ihr noch hier? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich könnte... Oh. Das musst du irgendeinem eine 1er Karte haben. Oh, Junge, Alter. Erschreckt mich nicht. Ich bin grad so erschrocken. Ich hab' keine Gaben. Gut, dass ich keine Face gemacht habe. Oh. Oh, ich hab' einfach Running gemacht, damit ich... Sicherheitshalber schnell weg... Ich bin draußen, Jungs. Hier geht's raus. Hier ist... Das ist wieder... Ah. Ja, hier geht's gleich. Oh, mir kommt mal ein Flyer-Kick. Da, guck. Mach' ich mal draußen noch? Im Schuppen oder so? Schuppen? Ja, schuppen wir doch nicht. Ist hier... Ach, hier ist ein Schuppen. Komm da rein. Ja. Das hier ist... Irgendjemand hat den Geist ausgewählt. Yes, so viel. Und macht die ganze Zeit so... so Aktivitäts... so... so... Nervositätssteigern oder sowas. Ich krieg' nix davon. Ah, hier sind wir so. Den muss ich mal merken. Ja, wie... Nervositätssteigern. Ja, hörst du das nicht die ganze Zeit so... Ja, hier ist... in meinem Mundi ist hier? Äh. Nein. Mir ist einfach nur einzig kalt hier gerade, glaube ich. Ja, das ist irgendwie standard. Aber... Der Kühlschrank. Ja, das ist bloß in Banase drin. Ja. Da ist auch nix drin. Kann einen Stuhl nehmen. Wir können wahrscheinlich nicht besonders weit werfen, oder? Nee, da muss man... gar nicht so weit. Ich über das weites... Werfen. Der legt das bei mir nur hin? Du musst es gedrückt halten. Rechtsklick. Ach, ich muss es gedrückt halten. Oh, wow. Irgendjemand hat grad Auge gesagt. Ja, ich glaub der Andrew... Oder... Wow oder Au. Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Die ist ein Zweier. Der ist einfach im Wohnzimmer. Hier geht's irgendwie... Ich bin bei Philipp. Ja, Philipp lebt noch. Ja, ja, der lebt noch. Den habe ich draußen gesehen. Den habe ich draußen gesehen. Heißt, ihr habt einen Schlüssel? Nice. Nice. Hier ist noch eine Nacht. Ich hab eine 3-Kicker. 3-Kicker. 3-Kicker ist ganz oben am Dach. Endlich. Ja, Jungs, aber ich brauche euch. Ja, ja, warte mal. Komm mal. Wo bist du? Ich find grad irgendwie den Weg nicht mehr nach... ...nach drin. Hä? Aua. Ich bin auf der anderen... Ich bin vom Dach gefallen. Hä, wo geht's hier rein? Ja, wir müssen mal außen rum, ums Haus einmal. Außen einmal rum? Kann man hier hoch? Ja, du komm mal hoch. Hier kann man hoch, Mann. Ja. Aber ich will zum Hauptraum. Ja. Alter, ich hab so viel Scham bekommen. Ja, du kriegst übelst viel falsch ran. Du kannst ab Daumen gehen. Junge. Junge, ich sterbe gerade. Vorsicht. Ich bin dann von der Tür vorbei. Egal, wer hat die Gleichschlusskarte? Andro hat die Gleichschlusskarte. Ja. Doch nur einen roten und einen goldenen. Andro, hörst du uns? Sieht hier oben was? Muss doch Mundi sein, wenn es so langsam geht. Ja. Ich hab Mundi oder Philipp, hab ich das Gefühl. Na. Ja. Hier tickt eine Uhr auf jeden Fall. Die haben dann mit einem Baum was. Oh, bei mir, bei mir ist der Killer. Bei mir ist der Killer. Was? Bei dir ist was? Bei dir ist was? Bei mir ist der Killer. Bei mir ist der Killer ganz oben. Der Killer. Killer? Wer ist es? Wer ist es denn? Der war schon verwandelt. Der war schon verwandelt. Der war schon verwandelt. Also Andrew oder Mundi. Andrew oder Mundi. Andrew oder Mundi. Echt so hab ich gehört. Wo ist der oben oder was? Der Raben. Der Raben. Der Raben. Der Raben tut was. Was? Wir haben schon Raben. Dann ist einer tot. Nein, es war der Raben Dude. Der Raben böse. Ja, ok. Den kenn ich nicht. Achso. Ich glaub. Ich hab ihn einmal angeschossen. Ich hab ihn einmal angeschossen. Da hinten läuft einer. Wollte grad sagen, da hat sich was bewegt oder? Ich schieß den ab. Das ist Andrew. Andrew bist du es? Ja. Was bin ich? Ich bin hier ja. Wo ist Mundi Andrew? Geh aufs Dach und mach die Freie rein. Ich hab ihn noch kein einziges Mal gesehen. Ich hab ihn noch kein einziges Mal gesehen. Wurde jetzt irgendwer von uns schon angegriffen? Ja entweder ist Mundi tut oder... Oh. Es ist nix passiert. Ich fall hier die ganze Zeit irgendwo rum. Hier oben ist ja aber nix ey. Um bewege mich langsam hier. Hint euch, hint euch, hint euch, hint euch, hint euch. Hint euch, hint euch, hint euch. Hint euch, hint euch, hint euch. Ah, ich bin wieder unten drnon... Nein, ich fall sau weit runter. Ich bin aus almighty. Jungs worum geht's? Alter Mangi was bist du? Junge, wohnt die. Ganz unten, ganz unten jetzt gerade. Ich bin runtergefallen einten bin drast. What the fuck... Was ist mit ihm los? Hier oben wissen drei andrew wird du? Andrew, wo bist du? Andrew, wo bist du, du? ganz oben ich glaube der ist da unten drin hier hier zu uns zu uns da hoch seit der sidekicks nein ich habe keine drei ich habe die andere aufgemacht welche andere die andere da oben da bei dem Gitterzaun ist ein Knopf ist eine Plattform die passiert bewegt sich in der Plattform beim Grimms wer ist da hinten? ist das der Mundi? das ist der Grimms also ok wir brauchen eine 3er Karte warum ist hier alles so eiskalt auch immer ich habe nur so eine hässliche 2er Karte ok da war auch noch irgendwo eine Tür irgendwo danke ja ich weiß es auch nicht mehr wo ok hier ist offen muss eigentlich ein bisschen weit unten sein da war nichts hier unten drin da habe ich schon alles dazu ok das ist nur Licht das ist Licht ja da kommen wir nicht mehr raus hier ist noch was Wolke IRE! Hilfe 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 Hilfe! Hilfe Hilfe Hilfe! ich glaube wie bist du da runter ich komme ja nicht runter Ja, mit Steuerung ducken. Felix! Philipp! Alter, Mundi, was bist du? Alter! Ey, springt der mich an! Hörst du mich eigentlich mal? Ja, Felix. Ich bin von ganz oben, ich hab ihn laufen sehen, den Raben, ne? Und dann bin ich runtergefallen von oben. Ach du Scheiß. Und bin einfach halt ein Knockout. Weil ich halt von ganz oben runtergefallen bin. Und dann spricht mir der Raben hinterher. Ich hab aber nicht gesehen vom Namen Tag, wer es war. Und dann bin ich einfach aufgefressen. Weil ich da runtergefallen bin, Alter. Ah, Alter. Na, warte, dann Enrow. Willkommen im Totenbereich. So, das war eine lustige Endreview. Ich hab's jetzt, du müsstest mal verzweifelt. Wie ist er da durch? Ich hab's wirklich nicht gerallt. Eieieieiei. Sorry, Maki. Ja, André. Ist so schwer, gell? Ja, irgendwie das alles zu finden ist, find ich voll schwer irgendwie. Ja, ja, das ist aber auch eine Riesen-Map. Die ist schwierig. Und wie gesagt, das Runterfallen ist natürlich sehr ungünstig gewesen. Könnt ihr im Mundi reinswitchen? Mhm, mhm. Nein. Und im Mundi drin? Ja. Ah. Der Huster-Maschala. Alter, wieso kann der so viel hüpfen? Der ist ja komplett OP. Ja, der ist, der ist gerade von unten, der jetzt irgendwie 10 Meter hoch kann er springen oder sowas. Ja, ja. Und dann hat er sich als Kind verwandelt und er ist runter und dann auch Fallschaden gekriegt. Aber warum ist hier alles so eisig? Das weiß ich auch nicht. Wenn's kalt ist draußen. Ja, aber... irgendwie so komisch. Ist natürlich die Frage, ob Philipp mitbekommen hat, dass wir alle drei tot sind. Oder ob man nicht was ich vortäuschen kann noch. Wird von... Einer von euch beiden, das ist... Ja. Nee, das kommt alles. Reden sie? Ja, okay. Das weiß sie. Ja, also, ich meine, sie laufen gerade ineinander. Ja. Sie reden aber auch gar nicht, ne? Das ist ein Bug tatsächlich. Du hörst nur den Sound von der Stelle, wo du gestorben bist. Was? Ach so. Und das ist ja nervig. Alter. Ziehe. Ziehe. Ah, schade. Hey, wie du bist du gestern? Oh, ich hätte es was geklappt. Ich hätte es was geklappt. Oh, Moni, das war so ungünstig. Ich bin einfach runtergefallen und... Ich konnte nix machen, weil ich eben noch war. Ey, Moni, was ist das für eine Scheiße, Alter? Was? Aus einer Runde. Was ist das denn so OP? Die Frage, haben die anderen Killer, sag ich jetzt mal, auch irgendwie eine Lungenanzeige? Ja, ja. Du hast nicht so viel Ausdauer als Killer. Als Nachbar. Ah, okay. Boah, was für eine Runde. Ja, aber tatsächlich, ich wurde einmal gekillt. Also, ich bin irgendwie gespawnt. Ja, ja. Ja, ich hab die auch in der letzten... Ich hab die auch geschossen. Ich hab die auch geschossen. Ah, das war so schön. Ah, das war so schön. Ja, sonst wärs Game halt aus wahrscheinlich nicht einfach. Ja. Na gut, das war eine intensive Runde. Ist auch gut für jetzt. Ich bin überrascht, dass ich da plötzlich einfach irgendwo in die Gegend jumpe. Ja, brutal. Hab ich überhaupt nie erwartet. Ey, aber du hättest einmal reden können, du Sau. Nö. 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 Naja. Für die Runde soll es das gewesen sein. Wir nehmen, glaube ich, nochmal eine auf. Und... Ja. Und da nochmal golfen. Genau. Da nochmal golfen. Genau. Da nochmal golfen. Also, ciao, servus.